Der Segler zieht den Kätzchen. Wenn er frei ist, dann rutscht er raus. Und dann ist er eine Haare. Du musst immer nur aufpassen, da vorne an dieses Gummi würde er nicht reingehen. Wir machen jetzt das hier am Boden. Nee, der kommt immer mittwochs, wenn die anderen halten. Was ist denn da? Ja, der hat das seit 20 Jahren. Und diese Sitze, sagt er, das ist ein Sperrholz. Bei anliegendem Auftrieb wird der Segler aus dem Wagen herausgehoben und ist dann frei im F-Schlepp. Der Wagen bleibt zurück. Ich muss noch die Schleppleine holen. Und hier, du hast ja ein Band für den Bergkreis. Du dreißt ja den Vogel runter. Wir müssen mal eins haben, da wir durch den Wald fliegen können, und der der Segler nicht abgeht. Wenn du mich dann überholst, bin ich ja nicht mehr raus, das weißt du, ne? Aber an dem Abend überholst du mich jetzt mal, was ja nicht passiert. So schnell kannst du gar nicht fließen. Aber ich meine, wenn du mich jetzt überholst. Was hast du denn für einen Kanal? 72. Mach mal, schling mal aus. Da geht da nichts raus. Das sind die Erfahrungswerte. Das Ding geht nicht raus. Hier immer ein bisschen Probleme rumzukommen. Und da sind auch Bäume. Das ist ja auch schon repariert hier. Das Ding geht nicht raus. Yo! So, head nach. Und auch noch einen anderen, ne? Welchen noch? 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 Welchen? Welchen noch? Welchen noch? Welchen noch? Welchen noch? Welchen noch? Nehmen. Wie lange? Geh mal nachher, konzentrier dich auf deinen Flieger. Geh mal nachher, konzentrier dich auf deinen Flieger. Geh mal nachher, konzentrier dich auf deinen Flieger. Geh mal, ist der Thermik da. Geh mal aus. Schreif nicht, aber er hält sich. Nein, mir kann es ja gar nicht erwarten. Das ist über den dunklen Boden. Das ist ja was zu tun. Das ist ja was zu tun, das ist ja was zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020